Am Samstag formiert sich über Deutschland eine Luftmassengrenze mit Wind und vor allem auch mit Regen. Und auf dem kombinierten Wolken- und Niederschlagsvorschaufilm sieht man auch schön, wo das passiert. Das betrifft hier den Norden und auch den Nordosten Deutschlands. Hier über Skandinavien liegt schon richtige Kaltluft. Hier ist es noch teilweise spätsommerlich warm im Südwesten Deutschlands. Und an dieser Grenze, da fällt eben der kräftigste Regen. Das bedeutet konkret, wenn man sich die Niederschlagsmengen mal aufsummiert anschaut, für den Samstag, da kommt in einem engen Streifen, kommt doch einiges zusammen. Und zwar zwischen Nord- und Ostfriesland einerseits. Und dann zieht sich das so rüber, über Teile Niedersachsen, Schleswig-Holsteins, Brandenburg, südliches Meck-Pomm und auch Sachsen-Anhalt der Norden betroffen, bis ins östliche Sachsen. Da fallen doch verbreitet zwischen 10 und an der Nordsee sogar 20 Liter pro Quadratmeter. Das ist nicht extrem, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Nässe. Denn insgesamt, vor allem im Süden Deutschlands, haben wir es schon wieder mit Trockenheit zu tun. Das fällt jetzt um diese Jahreszeit nicht so auf. Aber das Regendefizit ist trotzdem groß. Das passiert hier im Norden nicht. Da fällt nämlich kräftiger Regen schon am Samstagvormittag. Und auch der Wind frischt auf. Nach Süden hin lösen sich lokale Nebelfelder schnell auf. Und dann scheint die Sonne. Das bleibt im Prinzip auch am Nachmittag so. Ziemlich sonnig eben von NRW über Teile Hessen, also Mittelhessen vor allem, bis rüber nach Bayern. Im Bayerischen Wald werden die Wolken auch etwas dichter, aber es bleibt trocken. Ansonsten geht hier der Regen im Norden Deutschlands weiter. Deswegen auch hier keine Sonne. Ansonsten in der Mitte im Übergangsbereich so drei bis sechs Sonnenstunden. Und im Süden sogar bis zu zehn. Also totaler Sonnenschein. Temperaturen auch unterschiedlich. 14, 16 Grad an den Küsten bis 24 Grad am Oberrhein. Und diese Temperaturkontraste verschärfen sich sogar noch am Sonntag. Der Regen schwächt sich ab. Die Front kommt aber ein bisschen weiter südwestwärts voran. Das bedeutet aber an der Oder maximal 12 Grad, aber 25 Grad im Breisgau.